In diesem Video geht es um die besten drei Top-Lader-Waschmaschinen. Der erste Platz das High-End-Produkt. Die Top-Lader-Waschmaschine der 6000R-Serie ist mit der ProSense-Technologie ausgestattet. Egal, ob es sich um ein einzelnes Kleidungsstück oder eine volle Ladung Wäsche handelt, die ID-Waschmaschinen passen das Programm entsprechend an. Die Installation erfolgt als Standgerät mit obigem Einfüllöffnung. Die Abmessungen betragen 89 x 40 x 60 cm und das Gewicht liegt bei 61 kg. Die Tür ist oben angeschlagen. Die Farbe ist weiß. Das große LED-Display bietet eine elektronische Bedienung mit nur einer Taste. Vorwahlstart und Anzeige der verbleibenden Zeit sind vorhanden. Der ökologische Invertermotor ist energieeffizient. Zu den Waschprogrammen gehören ECO 40-60, Baumwolle, Fliegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Seide, 20 Minuten 3 kg, Imprägnieren, Daunen, Bügeleicht, Schleudern, Pumpe, Anti-Allergie. Jetzt direkt sparen. Der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Art der Beladung oben Trummelkapazität 7 kg Schleuderwirkungsklasse B Lautstärke 78 dB Maximale Schleuderdrehtzahl 1151 Umin Produktfarbe weiß Breite 400 mm Tiefe 600 mm Höhe 890 mm Energieeffizienzklasse C Der dritte Platz das Sparprodukt Ladekapazität 7 kg Türöffnung Slow-Motion-Corp-Volumen 46 Ladetyp Von oben Korb-Materiale Idelstahl-Elektronik Touch-All-Inbon-Technologie Maximale Schleuderdrehtzahl 14 0-Mull-Motor Inverter-BPM-Stecker-Typ Schuko-Spannung 220 bis 240 Anzahl der Programme 17 Startzeitverzögerung Jahrfarbe Weißgrifffarbe Material Verkont Energieverbrauch 105 Energieeffizienzklasse A++++ Schleuderlautstärke 79 Waschlautstärke 52 Wascheffizienzklasse A 22 32 32 32 33